Seine sensationell guten Objekte wurden zwar von Bares für Rares, Experte Sven Deutschmanek hoch eingeschätzt, aber im Händlerraum erntete der Verkäufer nur ein Gebot, und das war zudem unseriös, bis ein Händler Erbarmen hatte. Thomas aus Zittau hatte große Hoffnung, von Horst Lichter in der Mittwochsausgabe der ZDF-Trödelshow, Bares für Rares, eine Händlerkarte zu bekommen. Immerhin sollte der Erlös die neuen Gemeindestühle finanzieren. Der Schätzpreis stimmte ihn optimistisch, nur im Händlerraum kam erst mal nur ein Gebot, und das war unseriös. Wo hast du die gemobst? fragte Horst Lichter den Kandidaten eingangs mit einem Augenzwinkern. Verkäufer Thomas hatte die neuen Stühle auf dem Dachboden eines Gemeindehauses entdeckt. Ah, jetzt kommen wir der Sache näher, schmunzelte der Moderator. Dass es sich tatsächlich um Designermöbel handelte, verriet dann der Experte. Sven Deutschmanek brachte einen Stuhl mit an das Expertenpult? Ich muss das einfach zeigen. Der Stuhl stammte nämlich von Erich Menzel, einem Designer und Künstler, der anscheinend auch am bekannten Bauhaus tätig gewesen war, berichtete der Experte. Horst Lichter staunt über hohen Schätzwert. Allzu viele Informationen ließen sich über den Künstler nicht auftreiben. Was aber wiederum bekannt ist, sind die deutschen Werkstätten Hellerau in Dresden, die Ende des 19. Jahrhunderts gegründet wurden, fuhr Deutschmanek fort. Jene Manufaktur hatte damals unter der Leitung von Menzel auch die Stühle aus der Sendung produziert. Man hört immer, der Stuhl sei von Menzel in den 1950er Jahren entworfen worden, meinte Deutschmanek. Er wird ihm aber nur zugeschrieben, weil er damals in den Werkstätten Geschäftsführer war. Der Designer ist komplett unbekannt. Viel interessanter, das Design erinnerte den Experten an die gebogenen Stahlrohrmöbel von Marcel Breuer. Der Architekt und Designer Breuer, der ebenfalls am Bauhaus Weimar gearbeitet hatte, war bekannt als Erfinder des modernen Stahlrohrmöbels ohne Schraubverbindungen. Auch die Stühle aus der Sendung zeigten keine Schrauben, sondern Holzlagen, die unter Druck und Hitze geformt worden waren, und das war damals supermodern, beteuerte Deutschmanek. Das war ein Klassiker, und das sind sensationell gute Stühle. Freute sich der Experte weiter, ich finde die super. Dafür wünschte sich der Verkäufer auch eine Stange Geld, 5000 Euro. Er fand aber auch den Schätzpreis von Deutschmanek, 2700 bis 4500 Euro, super, und nahm die Händlerkarte dankend an. Und Horst Lichter, der staunte über die hohen Summen nicht schlecht. Da kommen sie nicht mit mir zusammen, im Händlerraum fiel Markus Wildhagen gleich auf. Stapelbar sind sie leider nicht, das ist ein Problem. Deshalb hatte auch der Verkäufer mit der Gemeinde entschieden, die Stühle müssen weg. Denn im Gemeindehaus wurden stapelbare Stühle gebraucht. Wildhagen meinte, ich fange jetzt einfach mal an und biete 200 Euro. Danach wurde es still. Anscheinend hatte sonst niemand Interesse an den Objekten, und so hielt der Verkäufer ein Plädoyer. Denn der Erlös aus der Sendung sollte in neue Gemeindestühle investiert werden. Seine Erwartung, 4000 Euro, da kommen sie nicht mit mir zusammen, erklärte Wildhagen, der nicht mehr als 100 Euro pro Stuhl bezahlen würde. Also hast du gerade 900 Euro geboten? Fragte Susanne Steiger nach. Doch Wildhagen schüttelte den Kopf. Denn das wäre, ein unseriöses Angebot. Wildhagen wurde deutlich. Ich sag's Ihnen ganz ehrlich. Ich möchte das nicht. Doch der Verkäufer wollte das einzige Gebot tatsächlich annehmen und beteuerte, ich würde es als nicht unfair empfinden. König Thorsten hat gesprochen, plötzlich fasste sich Thorsten Schlössner ein Herz und bot 1500 Euro, damit, sie ein paar neue Stühle in die Gemeinde bekommen. Für diese Geste bekam er nicht nur den Zuschlag des dankbaren Verkäufers, sondern auch Zuspruch von Sarah Schreiber, die rief, König Thorsten hat gesprochen. Nach der Sendung gestand Schlössner. Auch die Qualität, Herkunft und die Zeit der Stühle haben mich überzeugt. Aber der maßgebliche Grund war, die Gemeinde zu unterstützen. Zudem war er sich sicher. Ich finde schon einen Kunden und werde die Stühle sicherlich gut verkaufen können. Zudem war er sich sicher.